Der ist tot, der ist tot. Vorsicht, kann sein, dass der... Der hat auf jeden Fall einen dicken Rucksack, vielleicht haben wir Glück und er hat gute Munition. Müssen aufpassen, nicht dass der... Nicht alleine war. Ja. Kann natürlich sein, dass der nur den Nebeneingang abgecheckt hat und ein anderer irgendwo anders rein ist. Müssen aufpassen, hier sitzt noch eine Dicke irgendwo. Der Mutant. Wo geht's denn hier raus? Es wird langsam dunkel und die Sonne blendet mich. Zwei Negativpunkte. Ich renne schneller links, um die Ecke rennen wir, ne? Sollen wir nicht durch den Nebeneingang? Tom ist... Jetzt bin ich schon raus. Das mach ich so wie du, Tom. Einfach schnell rennen. Renn mal. Renn mal. Sag mal Bescheid. Ist hier die Leiche? Ich steck mal, ob hier noch was ist, um die Ecke. Seht hier kein? Seht hier noch einen? Ne. Der hat auf jeden Fall M4 dabei gehabt. Ja. Also wenn er noch ein bisschen M4 Muni hatte, dann würde ich auf M4 switchen. Ehrlich, das ist für mich auch schon wieder so... Alter, der hat fünf Rauchgranaten. Okay. Metallrohr, 3,750er Munition. HK45er, hat der 23 Schuss dabei. HAH! Ich bin angeschossen! Ja! Der ist tot, der ist tot. Oh nein! Jetzt hast du die M4 Munition. Verbind dich, verbind dich. Oh, der ist voll angeschlichen, der Sack, ey. Ja. Hier ist von mir eine Flare Gun, mit 3 Schuss. Ganz richtiges Feuerwerk, ey. Jaja, hatte ich eben schon. Ich hab 5 Schuss. Schon wieder Flare Gun! Wie kommen wir denn da hoch, ey? Ach, hier. HAH! Fuck. Das war eine M16. Oh Gott. Von wo? Weiß ich nicht. Wir müssen in irgendein Haus. Wo seid ihr? Ich bin immer noch... Ich bin auf dem Gerüst. Ich auch. Wenn wir von vorne sehen, von den Türmen, bin ich hinten links jetzt am Gerüst. Ich bin auch hinterher gekommen, ey. Wir sind auch Rückseite. Ja, ich seh euch, ja. Hallo, hallo. Das kam, glaub ich, von hier hinten links. So hat sich das angehört. Ich will seine M16 haben. Ey, ich sag dir, die lässt uns so schnell hops gehen, die M16. AH! Hast du ja gesehen? Einmal in den Kopf schießen. Das war ziemlich weit weg noch. Na, ich würd' ich gar nicht mal sagen, dass er noch so weit weg ist. Entweder stand er irgendwo in einem Gebäude und hat von da aus raus geschossen. Ich bin auch runter, ja. Und es war dunkel, ich seh also... nicht mehr so viel, ne? Ja. Wo bist du? Wir sind unten. Da seid ihr doch jetzt bei. Lass mal mal irgendwo reingehen, das ist offene Fläche, das ist echt... Ich war wieder in so ein Haus. Ja, Hauptsache weg hier. Aber ich lauf' ja schon mal los, wa? Nach links, ja? Hier ist ein Haus, kannst da rein. Ich guck mal hier um die Ecke. Du warst immer noch vor der Tür rum? Ich nicht, ne. Lief da eine vorbei gerade? Im Ernst? Ja, im Ernst! Gerade in dieser Sekunde lief einer am Haus vorbei. Fuck! Sag mal, wo der hin ist! Äh, der ist rechts rumgelaufen. Also dir quasi hinterher, wenn du eben... Es ist ja auch da... Jetzt hast du dein Duell! Kommst du bitte runter? Ja, ich bin unten. Hören tue ich keinen. Ist er Richtung Gerüst gelaufen? Äh, ja genau. Ist er auch aufs Gerüst, oder was? Keine Ahnung, kannst du nicht sagen. Ah, ich seh'n. Wo ist der? Der ist bei den beiden Türmen. Also vorne, ja? Ja, geht auf den hinteren Turm grad hoch. Jetzt kommen wir gleich auf den anderen Turm wahrscheinlich. Ist er hoch? Jaja, klar. Zieht mal dann einer von euch mit der Sniper auf den Turm auf den rechten dann. Dann muss Rebecca das machen. Der ist ja komm her gelaufen. Wir müssen jetzt direkt loslegen, aber wir sind zu laut. Komm, 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 Knallgas! Ja, wir sind zu laut, Knallgas! Boah, der ist auf dem rechten Turm. Okay, los. Im rechten Turm. Ja, ich seh'n. Ich seh'n. Ich seh'n jetzt hierzu. Äh, okay. Ich schieße, ich schieße. Vorsicht, geh'n runter, geh'n runter! Der hat ne M16, glaub' ich. Der hat uns schon nicht einmal getroffen. Ich werf' ne Granate dahin. Granate fliegt. Wo ist er? Genau da, wo der stand, fliegt der hin. Tot? Das explodiert. Der hat mich getroffen, Alter. Ja, nicht noch irgendwer. Ich glaub' das. 13 Energie nur noch. Boah, hat die so viel Schaden gemacht? Ich war unten noch. 14 Energie, Alter. Boah, die ist genau da explodiert, wo der Typ lag, ey. Du läufst da grad hin, ja? Ja, ja. Boah, krasse Scheiße. Wie viel Damage die Granaten machen, unfassbar. Alter, ich war unten an der Ecke, Alter! Boom! 30 Energie hab' ich. Wir sind ja sowieso so laut grade, wie ein Tambokor hier. Wir haben auch grad rumgeballert wie so Wahnsinniger, also von daher. Da läuft einer. Wo? Spieler! Ich geh' wieder hoch. Vor dir! Ja. Kann ich hoch! Haben. Haben. Links ist noch einer gewesen, glaub' ich. Oh Gott. Ja. Im Gebüsch links. Am Haus. Läuft weg. Ah, okay. Der schießt mal Sniper, glaub' ich. Zwei Stück! Oh, ich muss mich hin. Bin leer. Wurde getroffen. Ich wurde getroffen, Blute. Haus gerannt, glaub' ich. Okay, läuft weg. Zwei Stück sind das noch. Der eine ist weggerannt. Ja, der eine. Zwei sind nach links. Der eine sitzt, glaub' ich, nach dem Bruch. Die sind beide weggelaufen. Ich geh' mal hoch und guck' mal, dass die auf mich schießen. Vielleicht könnt ihr die sehen. Vielleicht kommen die jetzt auch von links auf der Straße. Weißt, was ich mein'? Ja, lass' mal irgendwie uns verlagern hier. Das ist scheiße. Ja. Seid ihr alle noch auf dem Podest? Ich bin unten. Na komm' mal hoch. Ich bin runtergefallen, ne? Oh. Tja. Oh, der geht halt immer noch nicht. Hab' ich mich erschrocken. Ich seh' nix. Tut sich hier was? Ich muss die Lichter noch aktivieren hier unten. Dann muss ich separat alle nochmal anklicken? Ah. Oh. Irgendwo ist was angegangen. Hey, wir haben Licht gemacht! Straßenbeleuchtung! Wahnsinn! 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 Guck dir das doch mal an hier, wie schön beleuchtet die Straßen sind. Krass! Der absolute Wahnsinn! Is dat nix? Ich find dat is wat. Dat is wat. Ich find dat is wat. Dat is wat. Spitze! Wir haben 100 Personen gefragt, wie sie das fanden. Und sie es fanden is! Spitze! Oh, das war's gar nicht. Das war's! Das wirkt ja immer bunter hier! Oh Gott! 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 Ohhhh! Oh Gott! Mit hund! Der hund greift ihn an! Nein, der greift uns an! Was ist denn schnell, der Hund?! Wir brauchen Stevens! Ohhhhhvie! Go ! Ich hoppe du hast mich getroffen! Ja, du bist ja gleich vor die Binte gelaufen! Was? Du wolltest mich umbringen! Oh! Was ist denn? Der Dicke ist tot. Spieler! Wo? Rechts auf der Straße. Hat mich noch nicht gesehen. Ah, mich wahrscheinlich. Der läuft nach rechts. Ne, ne. Oh ja, ich sehe ihn. Hier im Gras, also ich bin mitten auf dem Feld. Der läuft weiter nach rechts. Hat der was oder hat der nix? Ne, ne, nur wie mit so einem kleinen Ruck da drin. Na gut. Wolltest du ziehen lassen, ne? Jaja. Wollen wir mal Gnade walten lassen. Na gut. Vielleicht hat er was zu essen. Jetzt ist er schon am Arsch der Welt. Jetzt ist er schon weg. Ja, vielleicht... Ich hätte jetzt... Du wärst aber im Haus vorbei gelaufen, ne? Ich hätte jetzt, äh... Ich hätte tatsächlich jetzt mit ihm verhandeln wollen. Der läuft da hinten auch. Ja, ist ja geil. Dann schreib doch mal, okay geil. Ne, ist er in das Haus? Hey, check das Haus hier, würde ich sagen. Er ist auf jeden Fall dran vorbeigelaufen. Hier sind schwarze... T-Shirt, ne Weste... Ey, der hat ein paar Sachen hier vergessen, sah ich. Der wäre hier mal reingegangen. Und ein Hammer. Das Wichtigste. Hier ist noch was zu essen in der Tür. Oh ja, ich muss dringend. 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 Gott. Du hast noch was zu trinken. Woody. Ich brauch noch mehr. Ich brauch noch mehr. Ich brauch noch mehr. Ja hier, warte, ich gib dir was. Da oben soll ich auch nix zu futtern. Geh bloß aufs Klo, ey. Dann kannst du mich wenigstens nicht abschießen. Ah! Was ist? Jetzt schießen sie mich ab! Was für dich? Was zum Teufel? Was zum Teufel? Nein! Dann kannst du wenigstens keinen abschießen. Ich komm um die Ecke. Ich weiß noch nicht, was die gemacht hat. Du musst mal ganz schleißen, oder? Ach komm, ey. Ich bin richtig harmlos geworden. Wie gesagt zu dir. Du hast heute einmal den Kopf geschossen und ihm ins Bein. Also hör mal auf, ja? Ja? Du musst immer mit der Ruhe.